Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hinter mir wird noch fleißig gepackig, jetzt musste ich gerade mal umschauen, ob es immer noch so ist. Aber wir sind bereit, es geht rauf. Heute geht es mal wieder mit Chestbound an den Trail. Also macht euch bereit für die neue Videoeinstellung und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ja, mit diesem Gurk, den du nicht magst. Ich kriege da den Gurk um. Das heißt, ich kriege oben um und unten weg, kann nichts trinken, kann mir eine Jacke nicht dazu. Wahre Probleme. Ich habe ihn nach vorne, er nach hinten. Und ja, er jammert immer sehr viel, wenn das so ist. Ich hätte ihn auf dem Sattel auch machen können. Ja, nein, geht nicht. Ich verstehe ihn. Ja, dreht ihn auf. Ab Hill läuft. Angenehm heute. Wohl geil. Also nicht zu warm, aber auf keinen Fall zu kalt. Mal schauen, wie es oben ausschaut. Ja. Für mehr als okay, sagt er. Flüsselstelle beim Ab Hillen. Übrigens sind wir nicht die einzigsten Mountainbiker hier. Schaut mal her. Servus. Also ganz schneefrei ist es noch nicht. Aber was trocken ist, also was schneefrei ist, ist super trocken. Und hier müssen wir noch ein paar Meter durch, bevor wir eh schon unser Gipfelkreuz erreichen. Letzter Meter. Gleich sind wir am Kreuz. Und dann geht es erstmal in den Jausen. Oben sind wir. Die Gipfeljause ist auch schon ausgepackt. Bei mir gibt es Walnussbrot vom Ruhe jetzt. Wahnsinn. Das ist der. Und bei ihm, wie ist das? Das ist auch nett. Da steht nämlich oben. Und Pillarbrot. Der Hit für ihre Party. Schau. Wir machen Gipfelparty. Aussieht ist auch gut. Aber das Wetter ist... Aber sieht episch aus mit dem Kreuz und diesen beleuchteten Wolken. Der Hitter ist. 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 Ich muss mich rein und Insurden. Als die aber schön waren, dann war er. Abonniert den Hitter auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017